Ich kann den Engel fahren hier, furchtbar Moxiiiiste Kiste Ich kann nie fahren, der war unter der Schüsse Geht schon Rechtsich Linksich Linksich Geht doch nicht, so hängen wir fest Doch Ich sag keine Ahnung Hier sind wir doch irgendwie festgehangen Gerade Lufthuckel Hunko hat einen Rocket Launcher Kenntnis auf 14 Nächste Wie hast du das hingekriegt? Durch das, das hier Bumm Das wird komplett nicht machen Jetzt wollen wir bei Tansi Moxiii Du wolltest grad hin Ja Moxiii Ich hab mich alles auf mich Ich hab's gebeten wolltet Nee Du wolltest Ja Versuch mal genau auf der Spur zu Rechts Rechts, rechts, ganz rechts Ganz rechts, rechte Spur Alter nie rum, ich fau kleiner nix rum Wenn du irgendwie so nimmst Mit mir nimmst Rückwärts Wir brauchen das ganze Ding rückwärts, hast du recht Ich kann das nie Mit rechts Ey rückwärts klappt aber ziemlich schnell, warte mal Level 61 Ja Wir haben ne Mission für Level 61 Ey guck mal rückwärts fahrt er viel schneller Ja weil er rückwärts Motor hat Wir haben ein Wir haben Wir haben eine Mission für Level 61 Ne war die Hä Später 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 Nein 61 Nee ich will zu Moxiii Nimm ins Menü Ja ich fahnd schnell zu Moxiii und hol noch die Aufgaben ab Sunkn C, das ist Wir haben hier Aufgaben Das ist ja schön Glaub ich Na Moxii besuchen Scheiß doch auf die Moxiii Einen dicken Haufen mitten auf dem Kopf Ja werd ich versuchen aber auch Ich muss zur Zeit Nie zurück Achso rückwärts fahren Jetzt weiß ich mal nicht ob oben oder unten Guckt ihr da zurück welche Richtung ich muss Unten müssen wir glaube ich Ja Du kannst Pack gerade aus dann kommst du auf die andere Du hättest auch anders fahren können Ist egal Jetzt fahr so Augen zu und durch Einfach Gas geben und spiel Ah nein lass offen Lass offen Einfach runter fahren Einfach runter fahren Nein 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 Gerad aus Gerad aus Das wäre ja auch entgegen gewesen jetzt ne Reeeechts links Reeeechts 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 Fahr geradeaus Fahr etwas linksiger Etwas linksiger Etwas linksiger Ja Ja Schön geradeaus Schön geradeaus Schöööön geradeaus Ey hast du dort denn den Bruch hier oder sowas Du drunter durchfahren kannst Achso Ich fahr ganz leicht rückwärts Fahr weiter Fahr weiter Immer weiter Immer weiter Halt dich mal etwas linksiger Wenn du es schaffst weiter geradeaus rechtlich ja immer geradeaus links die gehalt bitte die mine rein sie abend was die abschießen die geht nicht geradeaus weiter geht es muss und fast die miete gelacht mischt kann er das sehr gut ja aber wenigstens könnte nicht und das hält doch nicht hinter mir wir müssen hier vier sachen finden ich habe schon einen trottel gefunden erzählten sie vier sachen sind markiert beziehungsweise habe ich ausgewählt attacke die mine oder da ich sehe das zahnrädchen leuchtet das ist mein zu ja zeig mal wie sieht das aus wie sieht das aus sagt so beleuchtet und das zahnrad hat hier beleuchtet leuchtet sie weg ja oh gott wir werden sterben zork ist schon dort und hier ist nochmal rum vor der klinik schützen danke danke wie soll man jetzt vier pumpen ausschalten okay dann zork ja fress säure du mal die felsen durch das war die brücke wester und diese wurde hier wieder hoch durch das ist die cheetah brücke das ist die cheetah brücke jetzt hier fragen die studieren vier sachen die schützen jo dann ist die schützen unter die schützen und sage mir wie weit die springen kann du kannst doch das schießen du kannst doch das schießen und das andere schießen und das andere schießen oder nicht oder ja warum ich bin runtergefallen ist das vordere auch kaputt ich konnte nicht da hinten kannst du nicht machen mach sie alle fertig jetzt die frage ne wir müssen jetzt woanders hin wir müssen noch was zeug suchen ne ne woanders hin guck mal auf die karte wieder runtergefallen ich glaube es aber nicht treffpunkt auto in viereinhalb sekunden dreieinhalb zweieinhalb zwei ey nein hole dir viele noch Soll ich ob du richtig bist? Nee Warum navigiert ihr mich nicht? Ich bin Schütze Ich bin Minenleger Ja, du fährst Ich bin Minenleger Die Minen nutzen nix, du fährst Nein, ich will Minen legen Die nächste dann links und dann wieder links rein Gehen muss es Jetzt musst du wieder links rein Du musst rein gehen Genau Du hast den Trotter von Minenleger hier Kann er seine Eier legen? Nein Der Eingang ist hier Das ist eine neue Kiste Das ist eine andere Kiste Ich bin der Kiste Ich bin der Kiste Ist das eine andere Kiste Ich bin der Kiste Ich bin der Kiste Die Waffe ist so kornholen. Einschluß-Kopffilme. Wieder hin zu der Jäcke. Oh nee, ich hab zwar meine Feuze verpasst. Ich bin schreit wieder. Ich bin schreit wieder. Ich bin schreit wieder. Ich bin schreit wieder. Müssen wir zur nächsten Stelle? Habs gedrückt, ja. Müssen weiter. Den hat doch meinen Kopf geschossen. Kopf sagt er dazu. Na ja, auf dieses runde Teil euch auf meinen. Die lasst mich ja zurück. Nein. Ey los, wo ist meine Karre? Nein. Immer schön geradeaus. Immer schön geradeaus. Ich hoffe, dass es unten ist. Immer schön folgen, immer schön folgen. Immer schön geradeaus. Ich hoffe, dass... 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 Ich hoffe, dass die Leuchte... Bleib im Auto. Bleib im Auto. Wer drückt uns schon, geht's ja los. Was machen wir überhaupt die Minen? Das verstehe ich nicht. Der explodiert ja gar nicht. Muss man dann Knopf drücken, oder? Ja... Das ist das. Nein! Dein! Ich darf nicht... Nein! Ich darf nicht! Nein! Nein!!! Ich heile mich schon. Ich heile mich, ich heile mich. Mach, 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 mach. Oh, ne. Jetzt sind wir Wälle tot? Ja, ich... Du zwölf, das schießt ja alle, die mal auf uns heilen können. Ne, ich hab wieder belehnt. Ah, hier ist nur eine Fleischwonde. Danke, ich bin gelade, kleinen Matti. Wir sind mal da. Weckschießen ist mit dich ja, ich hab's nicht mehr zu halten. Ja, na klar. Na komm, die hab du! Aua, ist ja nur rot, wenn man auf den Kopf schießt. Sagt er gleich, wenn er sich über den Kopf. Danke. Hier Sven, hast du Medikid. Sag ja vor, dass überhaupt einer mal auf mich schießt. Du hast ne alte Konservendose. Ist schon gelaufen, aber kannst du essen. Ja. Eh, 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 Dinge müssen wir noch machen, oder? Handeln? Ja. Pampe. Wo ist das Auto? Hab ich in der Hosentasche. Wie gesagt, ein Auto. Platz ist da genug. Ja. Der Landstreiche, komm, komm zu Matti und Sven, die zu mir! Hey, krieg ich mir! Ich hab's nicht mehr gesehen. Ich hab's nicht mehr gesehen. Hallo, schon noch eins! Wir sind noch eins! Wir sind noch eins! Ich hab's nicht mehr gesehen! Ich rordre mich. Ich wohne jetzt immer OFF wieder in den vielen Kapitifieden. versión unten.